volle preise aber naja müll hat er nur ja ja scheiße in welche richtung haben wir auf der turm doch mann ja ich komm es nervt langsam willst du jetzt zu dem wasserding da hinten hin ja ja ich weiß auch noch mal in welche richtung es war mach doch einfach eine markierung ich weiß doch nicht mehr in welche richtung es war warte mal ich mach mal hier ungefähr in die richtung die ungefähr Oh, hier ist Wasser. Nee, da will ich nicht hin. Hier ist ein Chia-Epack-Chia-Epack. Ja, höre auf. Alter, die Flugzeuge. Geil. Okay, zeigt mal die Segen. Ja, ja, die hat sie gerade gesehen. Vielleicht lassen die. Ja, die sind auch 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 die. Außer Granaten. Und wie sieht die Kletter jetzt irgendwie durch die Häute? Was find's? Was? Da ist es. Da ist es. Komm mal drauf, Freunde. Ja. Gefährlich waren sie schon immer. Aber jetzt sind diese Mistkerle so zäh wie nie zuvor. Also doch schwerer geworden. Ja. Komm grad durch Funk rein. Ja, ja. Aber nur hier halt. Die zwei hier sind halt. Die zwei hier sind halt. Chia-Eing ist das einfach. Hast du geholt, Blut? Ja. Ja. Da ist noch ein Stützpunkt. Warum lachst du? Oh, Zombies runtergefallen. Oh. In dem Moment, wo es auf mich runter stürzt, hab ich mein Messer geschickt. Ah, das ist auch noch eine Sicherheitszöne. Du kannst doch gleich holen hier. Aua. Stachelt rot. Mach mal. Nein. Fick dich, du verfickte Ficke. Ja. Krass, dass du auch hier in viele Räumlichkeiten einfach bin gehen kannst. Wie ist das, wenn man hier halt finden kann? Nee, da kommst du nicht hin, Onkel. Hier kommst du nicht hin. Zu den Felsen. Trailbox oder was? Nee, 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 deswegen nicht. Hier ist Gitter im Wasser. Da wirst du jetzt mal da hin zu schwimmen? Hm. Ist das eine Statue oder sowas? Nee, das ist ein Felsen. Ja, stimmt. Oh, das ist ja bescheuert gemacht. Ja, da ist so Gitter. Mit Bojen und... Versuch grad mal rüber zu kommen. Wie so ein Fischding. Oder sowas zugemacht. Nee, ich versuch mal rüber zu kommen. Aber... Sieht wie die Stachel gerade aus. Nee, kannst du ja verjessen. Nee, wahr. Warte mal, dann versuch ich mal über der Bojen hier vielleicht? Oh, da ist ja auch Stamm auf dem Bad. Nein, genau. Ich hab auch grad einen... ... in dem... ... Ding. Nee, kannst du verjessen, Onkel. Kommst nicht hin. Schade. Ja. Ja, ist schade. Ich sag ja, das ist ja eine Skybox, ne? So machen sie das ganz einfach. Das ist so ein bisschen doof, irgendwie. Also mit einem Stadion gehen wir auch nicht hin. Da hat er auch nicht hingekommen. Nein. Einen Teufelskreis. So. Jetzt muss ich hier noch... Ah, jetzt hab ich auch so'n Ding eingenommen. Alter, warum hält der sich denn nicht fest an manchen Kanten? Was ist denn hier los, ey? Der zieht sich hoch, aber der hält sich nicht fest. Oh. Kommst hier jetzt hier wieder raus, verdammt. Alter, verdammt. So, auch wieder ein GIA-Paket. Was ist denn hier los? Was weiß ich hier vermisst, äh? Oh, das ist ja scheiße. Was weiß ich hier vermisst ist, ist ein Quartiermeister. Der war irgendwie so'n Hopps-Stütz-Szpunk, oder? Den hat man irgendwie auch nicht hier. Ich find hier nicht ein GI-Paket. Ich weiß auch nicht, wo der den gefunden hat. Die Bau muss immer so in der Nähe, wo er die gar nicht gefunden hat. Und er bleibt nicht geludelt. Du stehst noch auf der Kotte. Ich sehe aber auch gerade einen. HALT, 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 HALT! Oh! Der ist ein verfickter Hüse. Warte, warte, warte. Ich hab hier drauf und es hangelt. Hau! Und den hab ich vorhin in die Hau. Der ist ruckzuck umgefallen. Ich muss von hinten schlagen. Toot! 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 Ja, jetzt ist er tot. Ich muss mich nur von hinten schlagen. Krass! Und hier hast du auch wieder ein GI-Paket. Genau. Die rote Pfeile, aber ich find die nicht, wo die sein sollen. Musst du die knacken? GI-Pakete? Versuch! Hinter! Jetzt auch noch mal eins, aber das geht nicht. So, ist auf. Hä? Die roten Pfeile weg hier. Outsch! Autsch! Sie! Zaubern sie die Funkstation! Achso! Und dann läck mich hoch. Heepa, heepa So, also das eine Hau jetzt gesäubert Oh, kriegt man was Hier oben ist ein Pokal, da kriegst du was Ja, in irgendeiner Beweude Ja, und hier ist eine Mission gewesen, die habe ich jetzt gerade gemacht und da oben kriegst du was Lass halt mal gucken, wo ihr seid und dann muss ich erstmal da hinkommen Oh, hier ist er In Windhofer, ich hätte doch was verkaufen sollen, ey, was Alter, selbst mit der Cheetah-Waffe Ich bin hier, hier, hier ist der Pokal Hallo, kommst du mal? Hier bei dem Typ, der hat den Pokal Oh, ich, 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 ich komm gleich Der hat bei mir bloß ein paar Dollar Ich hatte bei mir noch ein Dings gehabt Wie heißt der denn? Der ist tot Nö, bloß ein paar Dollar, der hat Nix weiter Ich springe irgendwie nur noch daneben und runter und rüber und aua, 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 aua Oh, ich habe eine Kiste Oh Was ist denn hier? Oh, da ist ein Spucker noch Krass, da hat ein Zombie am, 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 am Schild Er hat das aufgehangen Echt? Krass Ja Hier, unten an dem Hotel, ne, unten an dem Hotelschild Unten am L Ach, da, ja Ach, lol Ich war jetzt gerade ein bisschen anders Ja Ich habe da drüber gesprungen Oh Kann ich die Kiste aufmachen? Oh Was meint ihr, wenn es nachts wird? Alter, da kannst du aber geil fliehen Oh, hier sind Türen, die machen Ich bräuchte meinen Laden oder so Der Händler war doch bei dem kleinen Jungen Bei der Herausforderung Ich bin gerade wieder auf dem Weg gekommen Läuft er nämlich gerade vorbei Und deswegen gucke ich gleich mal Tja So Und wie weiß ich jetzt nicht, wie man da hinkommt. Ach, auf der anderen Seite. Ja. Ich hab hier ne Kiste eröffnet, da die Wohnung auf der Landkarte angezeigt mit nem Wappen und nem Pfeil. Handeln. Eine andere Farbe oder was? Eine besondere Kiste? Die war ne verzierte, ne verzierte Kiste war das. Ja, die Kisten sehen manchmal ein bisschen anders aus. Das hab ich auch schon festgestellt. Ich hab einen Bankautomaten gefunden, den kann ich plündern, coole Sache. Schwere Entscheidung, was? Ich hab hier nen Händler gefunden. Wo ist denn der? Wo sind denn hier? Und da? Du wirst nirgends etwas besseres finden. Nur Scheiße, ja, nur Scheiße. Und da ist er schon wieder. Ach so, was hast du denn? Du bist denn? Du bist denn? Du? Du bist denn? Du? Du bist denn? Du? 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 Duaurus Robin schau's. Du? 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 Oder was ist denn? Ach, hier im Fenster ist der drin. Das ist ein Spucker. Oh, die hat mal eine 300er Waffe. Aber die geht erst auf Level 16. Level 15. Ah, geht mal weg hier, Alter. Oh. Oh. Erfblatt. Du hör dir selbst. Leck mir am Arsch. Schwerer Vorschlag haben wir. Oh. 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 Lukas auch noch mal zurück. Statue kommt noch noch mal zurück. Da ist was Rotes. Guck mal, seht ihr auf der Landkarte die rote Fahne? Ja, da will ich aber auch hin. Ich will wissen, was das ist. Odin, 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 Blu sag schon, Heilig mal. Hä? Odin, 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 Blu sag schon, was? Oh, Alter. Odin, 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 Blu sag schon. Die kam, die kam schon aus dem Uli hochgeklettert. Ich hab grad im letzten Moment noch mitbekommen. Was passiert denn? Alter, wo kommt die denn her? Was ist denn so ein Geier? Oh! Oh! Hier ist die Fahne. Ja, ich geh ja grad zu der Fahne. Da bin ich doch gerade. Muss hier rum. Oh, 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 oh. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Da ist, da ist Blitz. Was? Muss man vorher ausschalten. Oh! Sag ich, was du da heydest. Ja. Alter, nein. Sie kriegt dich in dem Haus Internet. Hilfe, 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 Hilfe. Tot, 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 tot. Ja, weil du auf Blitzer Text School 落 Danielt rot girlfriend ist. Nein? Nein, ich bin in die Beute runtergefallen, weil der Idiot sich nicht festgehalten hat. Der zieht sich hoch, der hält sich aber nicht fest. Hier kannst du nicht rennen, weil hier überall Blödsinn sind. Weil der nämlich zu blöde dazu ist, der Depp. Darum. So wie jetzt hochkommen wir, tot. Das selbe Spiel nochmal. Tot. Ich komme einfach nicht da hoch. Ich falle jedes Mal wieder runter. Ich ziehe mich hoch, aber er hält sich nicht fest. Jetzt hält er sich fest. Du musst R2 gedrückt halten. Ja, mache ich doch. R1 wäre das. R2 ziehen und dann R1 festhalten. Nee, L2 eigentlich. Ja, meine ich ja. L2. Ja, meine ich ja. Hast du aber nicht gesagt. Ich bin im Haus drin. Ich taste mich hier gerade davor zwischen diesen Stromteilen. Was? Ich bin in diesem Stromhaus. Ja, ich weiß, aber du hast gesagt, da geht es nicht rein. Ja, geht es aber nicht. Ich taste mich gerade davor durch die Stromteile. Also geht es da doch rein. Ja, ich bin hier mit dem Haken. Ja, ich bin hier mit dem Haken. Also ins Gebäude geht, geht es hier. Ja, ja, ich bin hier drinnen. Ich bin hier oben. Hier geht nicht so einfach. Ah, hier. Ah, übrigens habe ich da eine Statue hiervon. Also müsste er mal zu mir kommen. Ähm, das ist gerade sehr, sehr schwer. Und, 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 warte. Es ist gerade sehr, sehr schwer, wieder da hinzukommen. Richtig, ich bin nämlich mittendrin hier zwischen den Stromteilen. Ich bin in dem Gebäude drin, wo ich mich gerade hoch herangehängt habe, wo ich mal runtergefallen bin, weißt du? Zack, jetzt könnte alle durchlaufen. Cool, okay, dann geht es noch zu Crash. Ich habe Strom und Bescheiden. Wo ist er denn jetzt, der Crash? Also einfach das Gebäude, wo ich runtergefallen bin immer, da hoch und dann einmal ums Eck laufen. Da hoch und einmal ums Eck laufen. Ja, ich gehe mal hier so rum, so auf die Terrassenliste. Da kannst du uns so kurz reingucken. Ganz oben? Nee, ganz oben nicht. Nee, da ist schon wieder der Rammer. Da ist schon wieder so ein Dicker. Da sehe ich gerade. Ey, wer ist denn jetzt hier wer, verflixt? Ja, wenn alle durcheinander quatschen, ich sehe ihn nicht durch. Ach, hier hinten ist Blue, äh, Quetsch. So, da kommt hier. Wo ist denn die Arrest? Wo ist denn, äh, da ist oben. Ich bin oben auf dem Dach. Ja, komm runter hier, wo wir sind. Ja.